Ich bin der einzige Sitzung gegen den Kälte der AfD, heute begleitet, unser Kälte des Kälte des Kälte des Sachsen-Steinleis-Werderhöhlen. Auch unsere Kinder aus unserer Dachdus-Affekt ein fantastisches Rücksicht. Wenn Sie davor stehen, müssen Sie dahinter stehen. Wir machen eine Spielanalyse. Und natürlich nicht vergessen, unser Schiedsrichter Team und unser Sportprojekt Schiffer, Martin Wilkes, das ist der Mann. Vielen Dank, liebe Wiesenmeier, mein neuer Freund. Da hat er schon ein extra Jungen mit der EGA-Wing hinstellt. Ja, zweiter Neul! Ja! Man kann auch noch abziehen. Ich habe Spaß gemacht. Achtung! Vor, 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 vor! Ja! Ach, fein! Stark! Schuhe! Woh! Ich bin übrigens mit der Neue! Das war so, ich schämf einfach ganz oft! Ja! Wies! Jaaa! Dann hat er viel gehalten. Wer soll die Netsseln? Ja. Jaaa! 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 Vielen Dank.